Musik Homosexualität und Pädophilie Verbotene Propaganda Sowohl St. Petersburg als auch Moskau planen das gesetzliche Verbot von Propaganda für Homosexualität und Pädophilie, so berichtete Hochgradig entrüstet WeltOnline am Mittwoch. Sogar ein landesweites Verbot wird von der Staatsdoma angestrebt. Man folgt damit augenscheinlich der Auffassung der russisch-orthodoxen Kirche. Homosexualität darf weder verfolgt noch propagandiert werden. Genau genommen eine faire Auffassung. Der bundesdeutsche Mainstream tobt dennoch und echauffiert sich besonders darüber, dass Homosexualität und Pädophilie in einem Atemzug genannt werden und dass das Gesetz dem Schutz Minderjähriger diene. Vom Verbot erfasst sind unter anderem öffentliche Aktionen wie Regenbogenparaden und Werbung mit der Regenbogenfahne. In der BRD hat sich diese schon selbst die Gebäude staatlicher Einrichtung erobert. Der jährliche Christopher Street Day ist der Höhepunkt für das politische Leben Berlins und natürlich auch für den Nachwuchs der Hauptstadt. Schon in Kindergärten sollen hier die Kleinsten mit allen erdenklichen sexuellen Spielarten vertraut gemacht werden. Der Schutz Minderjähriger ist kein Thema mehr im freisten Teil Deutschlands aller Zeiten. Wer die Zeilen bis jetzt aufmerksam gehört hat, dem könnte aufgefallen sein, dass es in Russland nicht um das Verbot von Propaganda für Rechte Homosexueller, wie etwa eine staatlich oder kirchlich in Russland als Privatsache akzeptierte Lebensgemeinschaft geht, sondern um Propaganda für Homosexualität. Das ist ein feiner, aber bedeutender Unterschied. Dagegen, dass Schwule, die nun mal mit dieser Veranlagung geboren sind, auch das Recht haben wollen, in einer eheähnlichen Beziehung ein gemeinsames Leben zu führen, ist schwerlich, etwas einzuwenden. Warum soll aber für eine sexuelle Eigenart, die nach politisch korrekter Leseart irreversibel genetisch bedingt ist, Propaganda gemacht werden? Propaganda für eine angeborene Neigung? Seriöse Wissenschaftler sind sich heute einig. Gleichgeschlechtliche Neigungen sind biologisch determiniert, auch wenn es kein Schwulengen oder Lesbenhormon gibt. Die Begründung für diese seriöse Auffassung fällt dann aber äußerst dürftig aus. So wird auf die Zwillingsforschung hingewiesen. Bei eineigen Zwillingen seien zu ca. 50% beide Probanden homosexuell. Bei zweieigen treffe dieses auf ca. 22% und bei adoptierten Geschwistern nur auf ca. 11% zu. Also mindestens ein Sieg von 50 zu 22 für die Vererbungstheorie. Allerdings fragt man sich, warum bei den genetisch völlig identischen Probanden keine Quote nahe der 100 erreicht wurde, obwohl diese sexuelle Neigung doch absolut und einzig und allein angeboren ist. Diese Feststellung ist in der BRD von hoher politischer Bedeutung, beweist sie doch, dass all die linksgrünen sexuelle Erziehungsexperimente selbst an Kleinkindern keinerlei negative Auswirkungen haben können, da deren sexuelle Neigung ohnehin durch Geburt festgelegt und unveränderbar ist. Kinsey und Chevely und De Kekko nutzten für ihre Studien zur menschlichen Sexualität Tabellen, in denen es nicht nur Hetero- und Homosexualität gibt, sondern auch Zwischenstufen und zwischen physischer und emotionaler Anziehung unterschieden wird. Damit ständen der schwulen Klientel rund 5% ohnehin und etwa 16% als mögliche Sexualpartner zur Verfügung. Glaubt man den seriösen Wissenschaftlern, lässt sich dieses Revier nur unwesentlich vergrößern. Und das ist der Punkt. Ein höherer Anteil homosexueller Beziehungen führt zu weiter sinkenden Geburtenraten des deutschen Bevölkerungsanteils in der BRD. Bei den zugeführten Südländern dürfte auch die massivste Propaganda nicht zur Umkehrung ihrer traditionellen Wertevorstellung führen. Hier paaren sich die Interessen der Lobby der Schwulen und Lesben, die ihr sexuelles Betätigungsfeld erweitern wollen, und die der antideutschen Linksgrünen, die ihr eigenes, schuldbeladenes Volk so weit dezimieren wollen, dass sie in einem bunten Völkergemisch als demütige Unterschicht aufgehen und so der Erbschuld entgehen können. Fragt sich bloß, ob die Schwulen, Lesben und die in diesem Atemzug genannten Pädophilen nicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben und in einer islamisch bestimmten Republik ihr erweitertes Feld sorgenfrei beackern können. Vielleicht erkennen sie dann, dass die russisch-orthodoxe Auffassung die bessere gewesen wäre.